so halli hallo video startet zu später stunde ich bin bei der pfälzer grill fan und manfred und doris und mit dabei das bin ich ja ganz genau und der manfred feuer jetzt schon wieder seinen grill an hier hat hier wieder seinen anzündkamin mit seinen spiritus brennerchen da unten drinnen selbstgebauten und ja wir stehen hier wieder vor vorm haus weil die terrasse einfach momentan klitschnass ist und morgen machen wir natürlich noch mal ein video dann auch wieder was leckeres was machen wir denn heute überhaupt heute gibt es noch leckere burger gut lassen wir manfred hier anfeuern gehen wir rein in die küche nachher und da geht es weiter so hier sind wir oder nein nicht wir sondern die mädels schon fleißig tomaten schon geschnitten hinten salat ein paar pult eis sausen stehen hier rum manu wird hier gerade das hackfleisch mit einer gewürzmischung von der oder oder moment da fragt man gleich noch mal die doris die hat das gewürz nachgemischt doris doris das gewürz von wem war das jetzt noch mal ja und wie heißt es drachen feuer drachen feuer okay drachen pulver ah ja okay werdet ihr bei dem dann auch im kanal wahrscheinlich irgendwo finden mehr weiß ich davon auch nicht gut jetzt werden noch zwiebeln geschnippelt nachher die pettys geformt sein sein und ein teil von uns möchte heute mit bergermannst haben und der andere teil den schöne semmeln kaiser semmeln so bauen wir heute unsere bürger ja jeder kann sich dann im prinzip die zutaten nehmen sich den bürger separat zusammenstellen wie er möchte aber ich lass jetzt mal die mädels hier alleine und schau mal was manfred draußen macht so langsam so langsam so langsam dann werden die kohlen auch so aber ziemlich dunkel grad hier gell bisschen licht haben wir ja es wird reichen nachher so jetzt sind die mädels kurz rausgegangen salat ist fertig tomaten sind fertig zwiebeln sind fertig manu hat die pettys fertig gemacht wunderbar und sobald jetzt der grill draußen fertig ist auf der platte machen wir sie werden wir die pettys schön auf der platte raus brutzeln und ja das wird dann auch die nächste szene werden so um 22 uhr 20 ich sag mal laut kommen wir endlich da zu die pettys drauf ruchten die leuchtung hervorragend jetzt so wunderbar ja und so werden die jetzt rausgebrüstelt dann haben wir mittlerweile alles hier heraus aufgebaut sprich ein ganz gemütliches vor der haustür grillen ich finde es geil ich finde es klasse und ja wie gesagt morgen gibt es dann was ganz was anderes was leckeres vom gas grillen um im regnen um im regnen na hoffentlich regnet es morgen nicht dann kommen wir ja wieder runterkneu ich ja team wird jeder hausbert oben drauf oder noch der muss so der muss so ich esse alles mal was für tut Weil du mal ein bisschen Goldschuh hast. Können wir jetzt unterbauen und die Zämmel so ohne Probleme? Genau. Können wir schon noch einen Kopf fliegen? Gut. Was ist mein Mann? Jetzt sauber von dir. Mal ein Flaschen mehr. Wo soll ich mit dir jetzt hin? Mir egal. Wir essen die Kuh dir doch. Du machst die Schlachter. Ohne hier. Deswegen hab ich es auch bis dahin gekocht. Du hast die Zämmel geschlagen. 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 Die Zämmel. Was brauchst du denn die Zämmel? Das Teil ist kalt. Das Fett ist heiß. Die laufen nicht so lange nie gemacht. Es ist schnell ab. Es sind dir auch schwarz. Du hast die Zämmel geschlagen. Ich weiß nicht ob die Mama und äh... Die Zämmel. Die Zämmel. Das ist richtig gut. Ich hab mir gedacht, wenn ich mit dem Bett mal hegel. Ja. Leute, das war Grillen in Deutschland. Deutschland. Geil. In der Pfalz. In der Pfalz. Okay. Einigen wir uns, Grillen in der Pfalz. Also herrlich, herrlich, herrlich. herrlich. Ja, die Bands jetzt auf der Platte noch ein bisschen nachrösten, anrösten, beziehungsweise die Semmelchen und dann können wir zusammenbauen. Soll ich den Druck machen? Soll ich den halbieren? Soll ich es wirklich so machen? Jawohl. Mag jemand zwei Scheiben Kälte? Nein. So, die Brötchen kommen wieder gut. Soll ich die Brötchen kommen? Ah, ja. Ah, Alina baut ihren Brötchen zusammen. Bitte schön. Immer langsam. Ich brauche ein Messer. Ja. Da liegt einer. Kannst du noch ein bisschen Strauch machen, hm? So, so. Ja. Ich glaube die Käse so gut wie gut, weil der kommt schon langsam ein bisschen ab. Ja. Das reicht. Okay. Zwiebeln haben wir auch noch da, wenn du machst? Nein. Okay. Keine Zwiebeln. Da noch das Pätschel, das war das. Große? Nein, das dünne Brötchen. Die kleine Brötchen. Ja. Ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich den Brötchen kriege. Das ist immer drin. Gut. Ja, fertig wäre der erste Burger. Einen guten Appetit. Lass er schmecken. Kannst du nicht mal anfangen. Ja. Und wie gesagt, kann jetzt jeder oder wird jeder seinen Burger individuell zusammenbauen. Und Frustierele gibt es natürlich nachher von mir. Wie gehabt. Und der Mann kriegst schwarz weg. Ist der Läger. So, da wird jetzt noch der letzte zusammengebaut. Meiner ist hier. Jawohl. Da auch noch einer. Da sehen wir uns drinnen zum Essen. Es wurden alle miteinander. Das wünsche ich euch auch. Ohne Bacon. Ja. Bacon haben wir vergessen. Komisch. Hört sich komisch an, ist aber so. Schwer zu essen, so mit der Cam in der einen Hand. Aber lecker, 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 lecker. Und ich berichte einfach nachher, nach dem Essen nochmal. So, Leute. Der Burger war sehr, sehr lecker. Und ich denke, den anderen haben die Burger auch geschmeckt. Wunderbar. Haben die Burger geschmeckt. Alina, war der Burger gut? Ja. Ja, also. Hervorragend. Hervorragend. Jo. Dann schauen wir mal, ob es noch einen Nachtisch gibt. So, Leute. Dann haben wir jetzt für dieses Video noch den schnellen Abschluss. Und zwar ein leckeres Tiramisu. Was ich natürlich schon angefuttert habe. Es ist einfach zu lecker. Schmeckt dann? Oh, sau lecker. Exquisit. Ja. Dann haben wir jetzt heute ein schnelles Burger Video gemacht. Mit sehr viel Spaß. Noch einen leckeren Nachtisch bekommen. Und ich sage einmal, Tchaikovsky, bis zum nächsten Mal. Also das Video wird morgen gedreht. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Was lachst du? Mit morgen Abend doch ein Shit. Was? Nein, 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 nein. Ich habe keine Software auf dem Rechner, auf dem Laptop. Nicht? Mist? Nein.